Ein langer Praxistag. Viele Patienten, eine Menge Behandlungen, Telefonate und schriftliche Anfragen, dazu noch der eine oder andere nicht planbare Notfall. Am Ende des Tages fordert dann noch die Bürokratie ihr Recht. Patientendokumentation, Schriftverkehr, Postversand, Überprüfung der Geldeingänge. Nicht zu vergessen, das Nachfassen bei säumigen Patienten. Alles muss korrekt abgerechnet werden. Kein Patient darf schließlich eine fehlerhafte Rechnung erhalten. Um dabei immer auf dem aktuellen Stand der Abrechnungsvorschriften zu sein, sind Schulungen und damit zusätzliche Arbeitsstunden unumgänglich. Dieser Aufwand muss nicht sein. Die Privatärztliche Verrechnungsstelle Schleswig-Holstein-Hamburg, kurz PVS, ist ihr Dienstleister rund um die Privatabrechnung in ihrer Praxis. Die PVS Schleswig-Holstein-Hamburg ist eine von bundesweit 15 ärztlichen Gemeinschaftseinrichtungen, die nach genossenschaftlichen Prinzipien das Abrechnungsmanagement für ihre Mitgliedsärzte durchführen. Mit gut geschulten GOER-Experten überprüft die PVS jede Abrechnung intensiv auf Vollständigkeit, Plausibilität sowie Ausschlussziffern und führt ein konsequentes Forderungsmanagement durch. Durch jahrzehntelange Erfahrung und jährlich mehrere Millionen Privatliquidationen ist die PVS der Marktführer in Sachen Abrechnung. Deshalb kann der PVS-Arzt sicher sein, dass seine Patienten immer eine korrekte Rechnung erhalten. Der persönliche PVS-Sachbearbeiter prüft, welche Vorgaben des Arztes bei der Abrechnung zu berücksichtigen sind. Fehler, die bei bloßer elektronischer Prüfung nicht auffallen, werden so vermieden. Etwaige Unstimmigkeiten werden im direkten Dialog mit der Praxis geklärt. Ob BG- oder Privatabrechnung, IGL- oder Selbstzahlerleistung. Alle Vorgänge, die über die GOER abbildbar sind, können über die PVS abgerechnet werden. Zum Beispiel in Sekundenschnelle über das Internet, nach modernsten Sicherheitsstandards. Zahlungen erfolgen direkt an die PVS. Zahlungsfristen werden intensiv überwacht. Bleibt auch danach ein Zahlungseingang aus, wird konsequent nachgefasst. Sollte es einmal nötig sein, steht dem Patienten eine Ratenzahlung offen. Auf die Kompetenz der PVS-Fachabteilung kann man vertrauen. Am Ende steht in mehr als 99 Prozent aller Fälle ein vollständiger Zahlungseingang. Am Ende steht natürlich die Frage, was muss ich für die Leistung der PVS bezahlen? Die Antwort lässt sich auf eine einfache Formel bringen. Unter dem Strich bringt die PVS mehr ein, als sie kostet. Vor allen Dingen mehr Zeit. Zeit, die man mit schöneren Dingen verbringen kann, als sich durch Berge von Rechnungen durchzuwühlen. Für mich ist darum die PVS Schleswig-Holstein-Hamburg die erste Wahl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017